Hallo liebe Zuschauer, in erster Folge von Durch die Mai mit Ivan, wir schauen ganz speziell auf Gesundheit. Und Gesundheit fängt an bei Rasputin nicht so hin und her wackeln. Hier, wir sehen Augenbrauen und an Augenbrauen, wir können sehen, geht nicht gut Rasputin, weil die Rasputin hat dicke Augenbrauen nicht gezupft. Heißt, Rasputin geht nicht gut zur Zeit. Stimmt Rasputin? Warum soll ich mir die Kosmetik-Tipps von Herrn Tutorial eigentlich noch anschauen? Ich kenne ihn ja gar nicht und er kennt mich nicht. Wie mich auch niemand kennt. Und wenn mich niemand kennt, dann ist es auch vollkommen egal, wie ich aussehe, weil dann gehe ich auch nicht raus und dann werde ich auch niemanden kennen und dann ist auch alles eigentlich total egal. Aber du bist jetzt Gast in erster Folge von Durch die Mai mit Ivan. Ivan, ich habe dir gesagt, dass ich momentan nicht in der Lage bin, irgendwelche Videos zu machen. Könntest du bitte die Kamera nicht mehr in mein Gesicht halten? Soll ich halten auf dein T-Shirt? Auch nicht auf mein T-Shirt. Ivan, könntest du einfach wieder die Very Many Loads-ID einlegen, mir meine Wärmflasche geben und verschwinden? Ich meine das jetzt wirklich ernst. Ich mag jetzt nicht und ich will jetzt nicht und hör auch auf, mir irgendwelche E-Mails zu schreiben von angeblichen Fans. Ich weiß, dass das alles deine Profile sind, um mich aufzubauen. Ja, und ich glaube, ich finde es ja echt lieb von dir, aber nein, ich kann jetzt nicht mehr in mein Gesicht. Das war die erste Folge von Durch die Mai mit Ivan. Bitte schaltet auch wieder rein, wenn jetzt regelmäßig heißt Durch die Mai mit Ivan. Das war die Mai mit Ivan. Das war die Mai mitב�ote. Ich hoffe, dass wir den checken und weinen Ler hier zeigen. Ich will recebe uns auf diesem roastingen Mal呆 den Kanal. Als Clarke hier.